Irgendwann über die Tür? Hm? Hm. Ich meine, von hier hinten aus kann man auch die Tür zum Aufnehmen öffnen. Ach, komisch. Habt nix zum Öffnen. Außer ich habe das, also du darfst bis hier hinziehen, ne? Bis hier hinziehen in der Ecke. Dann kann ich... Ja doch, komm mal, ich warte. Musiert doch nicht so richtig. Wir machen das anders. Du? Mach mal hier. Bis hier hin. Ähm, du da. Bin ich mit denen da, ja. Oder mit nach irgendwas? Vielleicht mit hinten? Geht nicht. Vielleicht wenn die Tür aufgeht. Dann vielleicht. Mach das einfach mal. So. Die ist schon mal fest. So. Dann brauchen wir das hier. Hm. Um die eine Tür aufzumachen. Und dann können wir schon mal dort durchgehen. Ja, das verbinde ich jetzt mit denen. Und jetzt brauche ich bestimmt eine Kiste oder so. So. Ich komme erstmal hier rein. Oder ich finde die Kiste, die ja... Ähm. Hm? Hm. 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 So. Wenn ich den jetzt von oben... Ich könnte vieles öffnen, ne? Vieles. Okay. Ich probiere es mal. Jetzt geht es. Jetzt geht es vielleicht so. Hm. Den ist der Einzige, den ich nicht öffnen kann. Mit dem da oben. Ich gehe das durch die Ecke hier. Maybe. Und die brauche ich doch zum... Aufmachen. Geht das hier? Hier hinten. Ja, dort steht. Dann geht das vielleicht. Dann kann ich die aufmachen. Dann geht das nicht das hier. Hm. Okay. Ich kann jetzt nur das so machen. Es ist eine Weite... Eine Tür weiterkommen, aber nicht mehr. Nicht. Hm. Hier. Hier. So. So. Breit legen. Kiste. Mit den Dingen, mit den Dingen. So. Und dann nehmen wir jetzt... Das, was dort steht, geht schlecht. Okay. Hier nehmen das. Wir tun das. Mit den Bogen verbinden. Mit den verbinden. Und mit den verbinden. Gehen. Hm. Und der, der hier steht, den kann ich nochmal kurz... Äh, den verbinden mit dem... Der da auf dem Ding steht. Ja. So. Den... Können ich ganz kurz... Mit denen. Dass das Ding hochgeht. So. Okay. Dann stehen nehmen. Um... Was? Was? Hier zu öffnen? Ah. Hm. Hat eben... Wollt es nicht gehen? Hm. Ach, weil der schwankt. Ah, Moment. Ich tue die nochmal ein bisschen weiter runter. Nicht, dass das mir abhaut. Hier. Guck hier. Die geht nach unten. Die geht so nach oben wieder. Na gut, es geht. So. Oder auch nicht. Dürft sicherer sein. I hope. Hm. Brauche ich mal eine neue CPU. Dank. Hm. Aber es fehlt auch hier irgendwas. Was meine ich? Ich glaube, die Tür kann ich öffnen, ne? Aber die Tür? Kann die Stelle da oben ganz schlecht das da öffnen? Hm. Boah, irgendwas zum Hinstellen auf diesen Kackfläche da vorne. Ich meine, ich kriege jetzt nichts. Der durch. Geht auch schon, Alena. Können wir das mit dem verbinden und mit dem da oben. Bringt mir nichts, wenn nicht das Ding da runter, dass er dann ist. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie das eine nicht zugeht. Hier, das hier. Vielleicht, das hier. Kann ich von hier hinten irgendwas machen? Wenn ich hier hochgehe. Oh. Kann ich höchstens das da machen. Das hier. Oh. 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 Hmm. 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 ja ich kann springen wenn das ding da drauf ist in das mein kind einen anderen weg zu suchen bringt dir keine schande versuche dieses geheimnis ein andermal zu lösen nö ich kann nö das kann ja nicht wahr sein mal gucken die kiste kann man die kiste irgendwie gebrauchen kann man irgendwas aufmachen aber nicht so richtig hab ich das schon mal auf gut was ich möchte noch weiter mit der kiste ich muss hier drüber ne übelst krank wenn ich da kiste dann muss ich alles hin und her schlappen wieder und da wieder schlappen und da wieder schlappen und da wieder schlappen wenn ich hier drauf bin guck da kann ich kaum drüber gucken ich kann ja schlecht hier um die Ecke gucken warte mal das ding kann ich doch hier was geht nicht geht nicht ne warte mal das vielleicht was ähm hm jetzt haben wir hier so einen komischen jammer wenn ich die kiste machen ähm da ist denn das zeug drauf gut in jammer lasse ich mal hier okay die kiste kann ich hier grad nicht so gebrauchen die kiste nehme ich mal mit hm 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 ich renne mal wieder schneller hier so am besten noch eine kiste ja ich bin mit die andere noch ich renne mal wieder schneller hier sonst komme ich nicht ok wenn ich schnell rennen macht es mal in Cibu nicht mit ich muss langsam rennen ansonsten muss ich die Bituator runter schrauben ich hab nicht keine Ruhe gedreht mein Gott wenn die Cibu meine Grafik gerade für zersitzen zu langsam und meine Cibu die geht da auch an ihren Grenzen hab ich das Gefühl so ok wir haben das wir haben das Ding brauchen wir ja ne theoretisch irgendwie das die Idee ich nehme das Ding jetzt einfach ne pack das da dran und das da dran und das und das dann hätte ich theoretisch dann hätte ich theoretisch und jetzt müsste ich noch oh ups ups doch doch das Ding noch erstmal dann mache ich das die Verbindung hm 30 Minuten haben wir schon gemacht wenn ich schon noch mehr machen 5 Minuten habe ich 3 Aufnahmen erstmal geht ähm das machen wir das machen wir mit dem machen wir mit den da hinten und mehr geht eh nisch ja sag mal theoretisch ne Kiste mehr ne Kiste eine kumische Kiste womit ich hier diesen äh Dings aufmachen kann so wo ist zurück wir machen das und das mal kurz wo mal das Ding wieder hm Dings halt nicht auf ne kate ich das bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020